Viele von euch fragen mich regelmäßig, kann man Home Assistant eigentlich migrieren? Also sprich, du hast Hardware A im Einsatz, willst aber auf Hardware B wechseln. Warum auch immer, ein Defekt bei Hardware A oder einfach nur, weil die Leistung zum Beispiel vom Raspberry Pi nicht mehr ausreicht und du eben auf Proxmox zum Beispiel migrieren möchtest. Die Antwort dazu ist erstmal ja. Home Assistant kann von jeder Hardware auf jede andere Hardware migriert werden. Dafür nutzen wir einfach die Backup- und Wiederherstellungsfunktion von Home Assistant. Wenn du übrigens keine Backups eingerichtet hast, würde ich dir ganz dringend mein Video empfehlen zum Thema Backup bei Home Assistant. Oder zumindest dann, dass du das eben einrichtest, wenn du auf deine neue Hardware umgezogen bist. Es gibt aber wirklich einiges zu beachten, damit dein Home Assistant Umzug problemlos verläuft. Und mit diesen Tipps und Tricks, die ich dir hier zeige, wird es wahrscheinlich zur perfekten Home Assistant Migration. Mein Name ist Simon Oberstädt und wir schauen uns heute an, wie du Home Assistant migrieren kannst. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und ich erzähle dir erstmal, was wir machen. Also wir starten auf der alten Hardware. Da treffen wir einige Einstellungen, erstellen das Backup. Dann ziehen wir das Backup auf die neue Hardware um, die ich jetzt hier schon installiert habe. In meinem Fall übrigens Proxmox. Wenn du mein Video dazu nicht gesehen hast, schau es dir sehr gerne an. Und anschließend stellen wir es, wie gesagt, dann auf den Proxmox, also auf der neuen Hardware, auf der neuen virtuellen Maschine. Wo auch immer, wieder her. Vollkommen egal. Funktioniert überall gleich. Und danach gucken wir, ob alles ordnungsgemäß läuft. Ich würde sagen, starten wir. Ich habe das übrigens nicht gescriptet. Von daher bin ich mal sehr gespannt, ob das Ganze gut geht oder ob ich es nochmal aufnehmen muss. Also zuerst sind wir jetzt hier auf unserem alten Home Assistant. Was wir hier zuerst machen, also auf dem aktuellen, bald alten Home Assistant. Du weißt schon, der aktuelle eben. Und was wir hier zuerst tun sollten, ist, wir gehen auf die Einstellungen und gucken, ob wir hier irgendwelche ausstehenden Updates haben von Home Assistant OS oder vom Home Assistant Core. Übrigens solltest du auch alle Updates für Add-ons installieren, wenn da eben noch welche ausstehen sollten. Wenn das so ist, würde ich dir empfehlen, diese Updates vorher zu installieren, weil ja auf der Maschine, wo du das Ganze wieder herstellst, die aktuelle Version vermutlich schon läuft. Und so vermeidest du dort eben Kompatibilitätsprobleme. Jetzt sollten wir, wenn wir das dann gemacht haben, also wenn die Updates installiert sind, Home Assistant einmal komplett neu starten. Das Ganze machen wir wie folgt. Wir gehen auf die Entwicklerwerkzeuge. Hier gehen wir auf neu starten, klappen hier unten die erweiterten Optionen auf und gehen hier auf System neu starten. In meinem Fall habe ich es schon gemacht. Bitte nicht überspringen. Verhindert eben, dass irgendein Prozess bei dir schon ganz lange im Hintergrund festhängt und das dann bei der Migration Probleme macht. So stellst du eben sicher, das Ganze ist frisch und neu hochgefahren. Dann machen wir weiter mit den Add-ons. Hier tun wir folgendes. Wir gehen auf die Einstellungen, auf die Add-ons. Und hier würde ich dir wirklich dringend empfehlen, dass du alle Add-ons tatsächlich stoppst. Und zwar aus folgendem Grund. All diese Add-ons können sonst zu Inkonsistenzen führen, wenn du das Ganze nicht stoppst. Also im Wesentlichen sind die meisten, die wir jetzt hier gerade stoppen, relativ unkritisch. So was wie der File Editor und so weiter ist eigentlich egal. Aber hier zum Beispiel Frigate ist in meinem Fall schon gestoppt. Das sollte auf jeden Fall auch nicht laufen, während du ein Backup dafür zumindest für die Migration erstellst. Oder auch Grafana und vor allem eben sowas wie die InfluxDB. Das sollte auf jeden Fall gestoppt werden, bevor wir jetzt dieses quasi goldene Backup erstellen, mit dem wir dann wieder herstellen wollen. Verhindert außerdem auch Probleme, wenn der Home Assistant dann startet, dass gewisse Add-ons nicht reagieren. Also, ich mache das hier eben mal für all meine Add-ons durch und stoppe die hier einfach mal. Gut, okay. Daran, dass wir übrigens jetzt hier in dem Video auch die Add-ons behandeln, sollte dir übrigens schon klar werden, das Video funktioniert nur für Home Assistant OS Migrationen. Also sprich für zum Beispiel Container auf Home Assistant OS oder wie auch immer. Das werde ich hier nicht behandeln, da ich sowieso immer empfehle, Home Assistant OS zu benutzen und kein Container oder Supervised. Sorry dafür, aber ich kann hier leider nicht alles in einem Video abfackeln. Okay, dann müssen wir hier nochmal klatschen. Okay, jetzt habe ich hier einmal neu geladen. Dann sehen wir also, alle Add-ons sind gestoppt. Das passt soweit. Jetzt müssen wir also das Backup anlegen. Das machen wir wie gewohnt unter Einstellungen. Hier gehen wir auf System. Hier gehen wir auf Backups und erstellen hier mit Backup erstellen ein neues vollständiges Backup. Nennen wir einfach mal Migration und sagen hier erstellen. Und dann natürlich wie gewohnt geduldig bleiben. Wenn dir das Video bis hierhin übrigens gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn du auf Gefällt mir drückst und meinen Kanal abonnierst, wenn du mehr wissen möchtest zum Thema Home Assistant. Außerdem kannst du inzwischen, wenn du möchtest, auch Kanalmitglied werden. Dadurch erhältst du beispielsweise Vorabzugriff auf das nächste geplante Video. Danke, wenn du das machen möchtest. Und auch danke an alle, die schon Kanalmitglied geworden sind. Ich mache das hier alles in meiner Freizeit. Von daher bin ich wirklich auf euren Support angewiesen. Ehrlich, tausend Dank dafür. Okay, das Backup ist schon erstellt. Das Ganze machen wir jetzt natürlich wie folgt. Wir klicken einmal auf das Backup und sagen hier auf den drei Punkten Backup herunterladen. Hier sagen wir natürlich einmal behalten und müssen jetzt hier warten, bis der Download eben abgeschlossen ist. Da ist mir doch im Schnitt aufgefallen, ich habe eine ganz schön wichtige Sache vergessen. Also, während wir auf den Download des Backups warten, solltest du noch folgendes machen. Und zwar gehst du hier auf die Einstellungen. Dann gehst du hier auf System, unter System auf Netzwerk. Und unter Netzwerk gibt es zwei wichtige Datenpunkte, die du dir unbedingt entweder notieren oder screenshotten musst. Zum einen ist das hier dein Hostname. Den musst du unbedingt wieder nach der Migration auf den neuen Home Assistant Host einstellen. Verhindert Probleme mit Unicast, beispielsweise also mit der Anbindung von Apple-Geräten oder Google Home-Geräten mit der Cast-Integration. Also, wie gesagt, den dann einfach wieder so einstellen. Und ganz wichtig hier auch noch bei der IPv4-Netzwerkschnittstelle. Diese IP-Adresse, die du hier aktuell gesetzt hast, also die findest du entweder hier, wenn du sie lokal eingestellt hast, würde ich dir auch so empfehlen. Oder oben bei dir in der Adresszeile des Browsers vor dem Doppelpunkt. Sollte klar sein. Für den neuen Home Assistant Host würde ich dir dann empfehlen, es auf jeden Fall hier auf Statisch einzustellen. Gut, mein Download war soweit erfolgreich. Das heißt, ich kann jetzt hier auf die Einstellungen gehen, hier auf System oder wir gehen auf die Entwicklerwerkzeuge, vollkommen egal. Sagen hier einmal Neu starten und sagen jetzt hier bei den erweiterten Optionen System herunterfahren. Fühlt sich irgendwie ungut an, aber müssen wir jetzt machen. Das heißt, wir fahren unseren alten Home Assistant einmal herunter. Trau mich irgendwie nicht, aber ich klicke jetzt. So, jetzt sehen wir hier, mein alter Home Assistant ist heruntergefahren. Was wir jetzt schon mal tun können, ist, wir können uns den neuen aufrufen. In meinem Fall habe ich den hier, wie gesagt, auf Proxmox installiert. Das ist hier die Maschine mit der ID 100. Hier unten sehe ich dann die IP-Adresse. Die öffne ich mir jetzt gerade mal hier in einem neuen Tab, schreibe eben noch den Port hinten dran, vollkommen klar. Und jetzt sehe ich dann eben hier den Home Assistant Onboarding Assistenten. Hier werde ich jetzt mein Backup wiederherstellen mit einem Klick auf Aus einem Backup wiederherstellen. So, dann kann ich hier das Backup hochladen und nehme jetzt hier eben das eben heruntergeladene Migration.ta Backup. Da sage ich einmal öffnen und das war es auch schon. Backup wird jetzt wieder hergestellt. Währenddessen gehen wir einmal ganz kurz zur neuen Home Assistant Hardware und ich stecke jetzt alle USB-Geräte vom alten Home Assistant Host auf den neuen um. So, ich hoffe mal, ihr könnt das erkennen. Hier oben ist der alte Intel NUC. Das heißt, hier schließe ich eben dann die USB-Geräte hier an meinem neuen Home Assistant Host an. Muss ich, glaube ich, jetzt nicht für alle Geräte vormachen. Aber wie gesagt, die werden jetzt hier eben einfach umgesteckt. Und anschließend reiche ich sie dann noch in Proxmox an die virtuelle Maschine weiter. Wenn ich sie hier auch richtig rum einstecke. Das wäre vielleicht noch ganz gut. Okay, ich habe jetzt also alle Hardware oder USB-Geräte vom alten Host auf den neuen Host umgesteckt. Da ich jetzt hier bei Proxmox bin, muss ich die eben noch durchreichen. Wenn du eine normale Hardware hast, also Migration von Hardware auf Hardware, musst du das eben nicht machen. In meinem Fall muss ich jetzt hier eben bei Proxmox noch die USB-Geräte durchreichen. Heißt, ich gehe jetzt hier auf meine virtuelle Maschine, gehe hier auf die Hardware, dann gehe ich hier auf Add, sage USB, wo ist es denn hier, USB-Device. Und ich nehme hier immer die gesamten Port und reiche den durch. Und jetzt wähle ich eben hier die verschiedenen Ports aus, die ich durchreichen muss. Das ist einmal jetzt in dem Fall hier natürlich der Sky Connect. Der wird einmal durchgereicht. Dann nehmen wir noch das USB-Gerät und zwar einmal den Sonoff Zigbee-Dongle natürlich für Zigbee2MQDT. Und dann nehmen wir hier noch das USB-Gerät. Und zwar diesen hier, den EQ3-Stick, also sprich den Homematic IP und Homematic USB-Stick für Raspberry-Matic. Also auf Add. Und damit ist schon mal die wichtigste Hardware durchgereicht. Was jetzt noch fehlt, ist tatsächlich der Google Coral TPU. Den finde ich jetzt hier nicht. Ich vermute mal sehr stark, dass das hier 2-3 ist. Das würde ich mal behaupten. Es könnte auch sein, dass es 1-3 ist. Ich gucke mal hier, ob es bei Vendor oder Device-ID auftaucht. Nee, auch nicht tatsächlich. Beim Map-Device werden wir auch nichts haben. Ich würde jetzt mal verdachtsweise einfach diesen Port hier auswählen. Genau. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, warum der nicht auftaucht tatsächlich. Ist aber jetzt auch nicht ganz so wichtig. Also ich reiche jetzt mal diesen Port hier noch durch. Und danach kann es weitergehen. Jetzt klicke ich hier nämlich dann tatsächlich auf Wiederherstellen. Also jetzt startet dadurch der Wiederherstellungsvorgang. Und das Ganze kann bis zu 45 Minuten dauern. Wird es vermutlich aber bei der Hardware, die ich hier einsetze, hoffe ich zumindest mal nicht. Hier übrigens noch ein kleiner wichtiger Hinweis, während wir so schön warten, zu den Add-ons in Home Assistant. Und zwar kann es tatsächlich sein, dass wenn du die Architektur wechselst. Also als Beispiel, du gehst von einem Raspberry Pi zu normaler X64 Hardware. Dann kann es sein, dass manche Add-ons, die du benutzt, nicht für die Architektur, die du jetzt einsetzt, also für die X64 Architektur, verfügbar sind. Das sollte im Regelfall nicht passieren, weil die meisten Add-on Entwickler tatsächlich ihre Add-ons in Home Assistant für alle Architekturen zur Verfügung stellen. Also beispielsweise für ARM, Raspberry Pi und so oder halt für X64. Bei manchen Add-ons ist es aber tatsächlich nicht der Fall. Bedeutet also, du kannst das entweder vorher prüfen oder du schaust eben einfach nach der Migration, ob irgendwelche Add-ons nicht mehr da sind oder nicht mehr starten. Das ist dann eben ein Hinweis, dafür würde man auch im Log sehen, dass das Add-on mit deiner Architektur nicht mehr kompatibel ist. Das wird dir wahrscheinlich bei Community-Add-ons nicht passieren, da meine ich zumindest bei allen Community-Add-ons alle Versionen gepflegt sind, also für alle verschiedenen Architekturen. Wenn du aber beispielsweise Add-ons über diese Repository-Hinzufügen-Funktionen bei dir hinzugefügt hast und davon Add-ons genutzt hast, da kann es eben sein, je nachdem wie der Entwickler eben Zeit hatte und wie es auch möglich war, dass vielleicht nicht alle Versionen, die erforderlich sind, gepflegt sind. Nur als Hinweis. Das Ganze ist ja aber auch nicht so schlimm, wenn du jetzt eben feststellen solltest, irgendwas geht nicht, kannst du immer noch den alten Home Assistant wieder hochfahren. Okay, hat bei mir 10 Minuten gedauert, aber jetzt ist wieder die Home Assistant-Nutzeroberfläche da. Das heißt also, hier müssen wir uns logischerweise mit dem gleichen Benutzer wie vorher anmelden. Das heißt hier einmal Nutzername und Kennwort eingeben, dann auf Anmeldung und schon können wir eben schauen, was alles nicht funktioniert. Nicht beunruhigen lassen, wir müssen natürlich jetzt in einigen Add-on-Konfigurationen gegebenenfalls die USB-Ports umstellen, damit die auch wieder so funktionieren, wie wir es eben gewohnt sind. Das machen wir jetzt ganz zuerst. Also, wir gehen jetzt in meinem Fall einmal auf die Einstellungen, gehen hier auf die Add-ons und gucken hier einmal jetzt zuerst beispielsweise bei Raspberry-Matic. Hier gucken wir einmal in der Konfiguration, ob wir eben irgendwo ein Setting haben, um einen USB-Port einzustellen. Bei Raspberry-Matic ist das nicht so, der wird den Port automatisch wiedererkennen. Passt also. Gut. Dann gehen wir einmal zurück, gehen beispielsweise auf SIG-B2M-QTT, wenn ich es finden würde, da ist es. Und hier in der Konfiguration können wir ja den Port angeben, was ich auch getan habe. Und den werde ich jetzt hier sehr wahrscheinlich anpassen müssen. Das heißt, ich gehe hier einmal auf Duplizieren, gehe hier einmal in die Einstellungen, dann auf die Maske System ganz unten. Hier gehe ich dann auf Hardware und suche hier einmal in der gesamten Hardware, oben hier, nach Sonoff. Und wir sehen hier also, ich finde keinen Sonoff-Stick. Das kann vollkommen normal sein. In dem Fall würde ich dir empfehlen, dass du einfach einmal pauschal Home Assistant neu startest. Das heißt, wir gehen hier auf die Entwicklerwerkzeuge, gehen hier auf Neustarten und sagen hier einmal System neu starten. Okay, der Neustart ist durch. Das heißt, es kann weitergehen. Gut, wir gehen also nochmal hier auf die Einstellungen, gehen auf System, dann gehen wir hier auf die Hardware, auf die gesamte Hardware und suchen einmal nach Sonoff und sehen schon, hier ist also jetzt der Dongle soweit gefunden worden. Hier kopiere ich mir einfach diese ID raus, gehe hier einmal auf Kopieren und die ID füge ich mir jetzt eben in der Konfiguration von SIG-B2M-QTT wieder ein. Das heißt, ich gehe hier auf die Einstellungen, auf die Add-ons, bin hier bei SIG-B2M-QTT Konfiguration und hier kann ich mir jetzt also den neuen Port einfügen. Und wir sehen schon, der Port hat sich jetzt hier in meinem Fall gar nicht verändert. Das liegt eben daran, dass ich schon von vornherein diesen Port hier mit Dev Serial und dann By ID angegeben habe. Das heißt also, das hier ist sowas wie, wenn man so will, die eindeutige Seriennummernkennung dieses USB-Sticks unabhängig vom Port. Hat eben den Vorteil, im Migrationsfall funktioniert das weiterhin. Ich wollte es dir aber zeigen, wie es geht, wenn du nämlich beispielsweise bisher einfach den festen Port angegeben hast, also beispielsweise DevTTY USB 0, kannst du jetzt eben hier dann den neuen Port einfügen, den du eben unter gesamte Hardware auslesen kannst. Das machst du dann im Wesentlichen für alle Add-ons, die einen USB-Stick brauchen, also eine USB-Verbindung, SIG-B2M-QTT oder beispielsweise auch sowas wie eine USB-Konfiguration, also die NAT-Tools. Wobei es hier auch so sein sollte, dass die angeschlossene USB sofort erkannt wird, da wir da ja meistens nach Hersteller filtern. Okay, nachdem ich jetzt alle USB-Konfiguration nochmal geprüft habe, schaut bei mir alles soweit gut aus, denn im Dashboard hier sieht alles erstmal so aus, wie ich es erwarten würde. Also, wie machen wir jetzt weiter? Es gibt nämlich noch einen wichtigen Schritt, der gern vergessen wird und zwar müssen wir die Netzwerkeinstellungen anpassen, denn die Netzwerkeinstellungen werden nicht migriert. Denn das können sie ja nicht, weil die Netzwerkkarte ist ja eine andere als vorher. Also, meine Empfehlung ist jetzt wirklich die, setze für diesen neuen Home Assistant die gleiche IP wie vorher für deinen alten Home Assistant, weil dann beispielsweise Shelly-Geräte noch an die richtigen URLs reporten oder auch zum Beispiel NQTT-Geräte, die du auf deinen Broker eingerichtet hast, diesen Broker weiterhin erreichen können. Also, das Ganze machen wir auch wieder unter Einstellungen. Dann gehen wir hier auf das System. Hier gehen wir einmal auf Netzwerk und können jetzt hier bei IPv4 eben eine statische IP eingeben. Jetzt sehen wir hier die aktuellen Daten. In meinem Fall war das der Host mit der IP 200. Das war mein Home Assistant. Gateway-Adresse und so weiter passt natürlich. Hier gehe ich jetzt einfach auf Speichern. Und kann jetzt hier auch schon über meine gewohnte IP darauf zugreifen. Wichtiger Hinweis, ich würde dir empfehlen, jetzt noch ein letztes Mal Home Assistant komplett neu zu starten, denn manche Add-ons brauchen eben einen Neustart, damit sie das auch registrieren. Das heißt, wir gehen hier einmal auf unsere Entwicklerwerkzeuge, auf Neustarten, sagen dann hier einmal Home Assistant System neu starten und damit sollte dann nach diesem Reboot unsere Migration abgeschlossen sein. Das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, wie immer, dir hat es gefallen und du konntest auch deinen Home Assistant auf eine andere Hardware migrieren. Wenn das so war, drück gerne auf Gefällt mir und abonniere meinen Kanal, wenn du mehr wissen möchtest zum Thema Home Assistant. Wenn du ein Problem hattest, lass mir übrigens auch natürlich gerne einen Kommentar da, keine Frage. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao.